ihm die Zeit seiner Regie eines Films in italienisch-sowjetischer Koproduktion. Banjo Vignoni, ein mittelalterliches Bad auf einem toskanischen Hügel. Ein Ort, der ihn nach seinem ersten Hiersein nicht mehr loslässt. Wochen verbringt er hier, in der Nähe dieser Töne, dieses Lichts, dieses Wassers. Er wird diesen Ort zum Mittelpunkt seines Films machen. Gedanken darüber im Tagebuch. Wäre es gut, wenn Sie Gorchakow zufällig auf der Straße umbringen würden? Vielleicht stirbt er bei einem Herzanfall. Er hat ja überhaupt ein krankes Herz. Wir überlegen gerade, was wir im Film lassen sollen. Die Verrückten mit dem Pferd, die Madonna del Parto. Banjo Vignoni zusammen mit der Krankheit, dem Traum, dem Menschen auf dem Fahrrad. Der Beginn im Hotel Banjo Vignoni. Nur ein Bassin, ziemlich verwahrlost, intim, provinziell. Alles spielt sich im Hotel beim Bassin ab. Das heißt, man müsste die Atmosphäre dieser Städte mit allen Einzelheiten ausarbeiten. Er kam zuerst im Jahre 1981 hierher, machte einige Aufnahmen, die die Reihe dann im darauffolgenden Frühling zeigte. Und im Herbst ist er dann wieder hierher zurückgekehrt, um jenen Film zu drehen, der den Namen Nostalgie erträgt. Und der fast ausschließlich im Hotel Le Terme gedreht wurde. Wo er auch im Zimmer Nummer 30 gewohnt hat und wo wir für diesen Menschen noch heute große Achtung und Wertschätzung bewahren. Er lebte ein sehr bescheidenes Leben. Er war so voller Verständnis, so voller Einfachheit, wie ich noch keinen anderen Menschen von seinem Rang gesehen habe. Er war nicht nur ein Freund für mich, er war mir Freund und Bruder zugleich. Was ist überhaupt Kunst? Das Gute oder das Böse? Kommt sie von Gott oder vom Teufel? Aus der Kraft des Menschen oder aus seiner Schwachheit? Ist sie vielleicht ein Unterpfand für menschliche Gemeinschaft und ein Bild sozialer Harmonie? Besteht darin etwa ihre Funktion? Sie ist so etwas wie eine Liebeserklärung. Wie ein Eingeständnis der eigenen Abhängigkeit von anderen Menschen. Sie ist ein Bekenntnis. Ein unbewusster Akt, der aber den eigentlichen Sinn des Lebens widerspiegelt. Die Liebe und das Opfer. Die Menschheit hat außer dem künstlerischen Bild nichts uneigennützig erfunden. Und vielleicht besteht tatsächlich der Sinn der menschlichen Existenz in der Erschaffung von Werken der Kunst. Im künstlerischen Akt, der zweckfrei und uneigennützig ist. Vielleicht zeigt sich gerade darin, dass wir nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Ich denke häufig daran, wie Recht jene haben, die behaupten, dass künstlerisches Schaffen ein Zustand der Seele sei. Weshalb? Vielleicht darum, weil der Mensch den Schöpfer nachzuahmen trachtet. Aber ist das denn richtig? Ist es denn nicht lächerlich, den Schöpfer nachzuahmen, dem wir dienen? Unsere Schuld vor dem Schöpfer ist, dass wir die uns gegebene Freiheit gebrauchen, um mit dem Bösen in uns zu kämpfen. Um alle Hindernisse auf dem Weg zu unserem Herrn zu überwinden. Um geistig zu wachsen. Und mit allem Niedrigen in uns fertig zu werden. Gott, steh mir bei. Schicke mir einen Lehrer. Ich bin es müde, auf ihn zu warten. Ich trachtete danach, dass das Drehbuch von Nostalgie nichts Überflüssiges und Nebensächliches mir enthielt, das mich bei meiner Hauptaufgabe hätte stören können, den Zustand eines Menschen wiederzugeben, der in tiefen Widerspruch zur Welt und zu sich selbst gerät. Der unfähig ist, ein Gleichgewicht zwischen der Realität und der erwünschten Harmonie zu finden. Der also jene Nostalgie erlebt, die nicht nur seiner geografischen Ferne von der Heimat, sondern auch einer globalen Trauer um das ganzheitliche Sein entspringt. Mit dem Drehbuch war ich so lange unzufrieden, bis hier endlich eine bestimmte metaphysische Einheit aufkam. Ich bin es müde, bis hier nicht nur einer geografischen Ferne von der Heimat. Wo bin ich, wenn ich nicht in der Wirklichkeit bin und auch nicht in meiner Fantasie? Ich treffe eine neue Abmachung mit der Welt, dass die Sonne nachts scheine und dass im August Schnee fällt. Die großen Dinge werden aufhören und die kleinen Dinge werden überdauern. Die Gesellschaft muss wieder zu einer Einheit werden und darf nicht mehr so zersplittert sein. Man braucht nur die Natur zu beobachten, um zu verstehen, dass das Leben doch ganz einfach ist und dass man zurückgehen muss bis zu jenem Punkt, jenem gewissen Punkt, an dem ihr damals den falschen Weg eingeschlagen habt. Wir müssen zurückkehren zu den wichtigsten Prinzipien des Lebens, ohne das Wasser zu verschmutzen. Was ist das für eine Art von Welt, dass ein Verrückter euch sagen muss, euch gesunden, dass ihr euch schämen müsst? Und jetzt die Musik. Ich hatte vom ersten Tag an den Eindruck, einen guten, intensiven Kontakt zu haben. Wir hatten keine gemeinsame Sprache. Wir konnten beide ein bisschen Italienisch. Aber er sprach kein Englisch, ich sprach kein Russisch. Und natürlich sprach er auch nicht Schwedisch. Aber seine Absichten waren eindeutig. Wir kommunizierten mit den Augen, dem Körper, der Gestik. Wir kommunizierten mit den Augen, mit den Bordern, mit den Gestiken. Er lebte ein sehr bescheidenes Leben. Er war so voller Verständnis, so voller Einfachheit, wie ich noch keinen anderen Menschen von seinem Rang gesehen habe. Er war nicht nur ein Freund für mich. Er war mir Freund und Bruder zugleich. Was ist überhaupt Kunst? Das Gute oder das Böse? Kommt sie von Gott oder vom Teufel? Aus der Kraft des Menschen oder aus seiner Schwachheit? Ist sie vielleicht ein Unterpfand für menschliche Gemeinschaft und ein Bild sozialer Harmonie? Besteht darin etwa ihre Funktion? Sie ist so etwas wie eine Liebeserklärung. Wie ein Eingeständnis der eigenen Abhängigkeit von anderen Menschen. Sie ist ein Bekenntnis. Ein unbewusster Akt, der aber den eigentlichen Sinn des Lebens widerspiegelt. Die Liebe und das Opfer. Die Menschheit hat außer dem künstlerischen Bild nichts uneigennützig erfunden. Und vielleicht besteht tatsächlich der Sinn der menschlichen Existenz in der Erschaffung von Werken der Kunst. Im künstlerischen Akt, der zweckfrei und uneigennützig ist. Vielleicht zeigt sich gerade darin, dass wir nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Ich denke häufig daran, wie recht jene haben, die behaupten, dass künstlerisches Schaffen ein Zustand der Seele sei. Weshalb? Vielleicht darum, weil der Mensch den Schöpfer nachzuahmen trachtet. Aber ist das denn richtig? Ist es denn nicht lächerlich, den Schöpfer nachzuahmen, dem wir dienen? Unsere Schuld vor dem Schöpfer ist, dass wir die uns gegebene Freiheit gebrauchen, um mit dem Bösen in uns zu kämpfen. Um alle Hindernisse auf dem Weg zu unserem Herrn zu überwinden, um geistig zu wachsen und mit allem Niedrigen in uns fertig zu werden. Gott, stehe mir bei. Schicke mir einen Lehrer. Ich bin es müde, auf ihn zu warten. Ich trachtete danach, dass das Drehbuch von Nostalgie nichts Überflüssiges und Nebensächliches mir enthielt, das mich bei meiner Hauptaufgabe hätte stören können, den Zustand eines Menschen wiederzugeben, der in tiefen Widerspruch zur Welt und zu sich selbst gerät, der unfähig ist, ein Gleichgewicht. Besteht darin etwa ihre Funktion? Sie ist so etwas wie eine Liebeserklärung, wie ein Eingeständnis der eigenen Abhängigkeit von anderen Menschen. Sie ist ein Bekenntnis. Ein unbewusster Akt, der aber den eigentlichen Sinn des Lebens widerspiegelt. Die Liebe und das Opfer. Die Menschheit hat außer dem künstlerischen Bild nichts uneigennützig erfunden. Und vielleicht besteht tatsächlich der Sinn der menschlichen Existenz in der Erschaffung von Werken der Kunst. Im künstlerischen Akt, der zweckfrei und uneigennützig ist. Vielleicht zeigt sich gerade darin, dass wir nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Ich denke häufig daran, wie recht jene haben, die behaupten, dass künstlerisches Schaffen ein Zustand der Seele sei. Weshalb? Vielleicht darum, weil der Mensch den Schöpfer nachzuahmen trachtet. Aber ist das denn richtig? Ist es denn nicht lächerlich, den Schöpfer nachzuahmen, dem wir dienen? Unsere Schuld vor dem Schöpfer ist, dass wir die uns gegebene Freiheit gebrauchen, um mit dem Bösen in uns zu kämpfen. Um alle Hindernisse auf dem Weg zu unserem Herrn zu überwinden, um geistig zu wachsen und mit allem Niedrigen in uns fertig zu werden. Gott, steh mir bei. Schicke mir einen Lehrer. Ich bin es müde, auf ihn zu warten. Ich trachtete danach, dass das Drehbuch von Nostalgie nichts Überflüssiges und Nebensächliches mehr enthielt, das mich bei meiner Hauptaufgabe hätte stören können, den Zustand eines Menschen wiederzugeben, der in tiefem Widerspruch zur Welt und zu sich selbst gerät, der unfähig ist, ein Gleichgewicht zwischen der Realität und der erwünschten Harmonie zu finden, der also jene Nostalgie erlebt, die nicht nur seiner geografischen Ferne von der Heimat, sondern auch einer globalen Trauer um das ganzheitliche Sein entspringt. Mit dem Drehbuch war ich so lange unzufrieden, bis hier endlich eine bestimmte metaphysische Einheit aufkam. ier, bernst Legوم von Nostalgie, dem Drehbuch war ich so lange auch immer über snaps Kahklang, ist aber nicht nur also etwas, nur den Staunberg nach dem Weg auf Paula Smart Meninas. Die Jene brauche ist doch besonders also那個 High school. mit dem Poppling oder universe Johnny, Untertitelung des ZDF, 2020